ja was geht ab und seid herzlich willkommen zu einer Runde E.P. etwas auf der Map wasch und das ganze nicht auf Kombi und nicht auf der Toxin sondern auf dem guten alten Tasten sie so da ist ja auch wasch so kurz im Moment ich muss aber weg mein Mikrofon noch richtig von dem Mund nehmen die und nicht in den Mund das ist schon es geht okay Spaß okay um ja mal gucken ob es ja auch so gute Spieler gibt weil die gesagt es ist das gute alte Wasch weiter vorgehen vom Bedrohs das nicht alles und da auf jeden Fall lohnt es sich hier diesen Block einzubauen am Anfang bei Wasch ist ja immer ganz chillig und so zwei Teams gibt um das ganze so zu spielen und so ist aussieht also man merkt schon ein bisschen ich bin ja und auch Leute mit der nicht so gut sind und das ist ja auch es kann Vorteil sein alles ist auch so ähm man muss bei mir schon und wir auch unterscheiden zum Beispiel der offen äh verkauft Schwerter der verkauft Bögen und Essen und äh ja Blöcke und äh Just Blade der ja ganz gut das heißt wir wollen zum Beispiel eine Spitzhack jetzt noch kaufen was ich zum Beispiel jetzt gehabt möchte dann müssen wir auch bei den Blöcken gucken äh und weil ich hier genau da muss einfach uns lieber einlegen und das geht jetzt ja auch nicht weil man das zuerst also gut doch es geht schon wenn ich noch zwei Silber hätte auch gut dann gehen wir halt mal ohne das rüber so ein einfach so rüber denn eh ich wollte auch kommen aufnehmen heute wieder bei Trost Prozent kommen aber immer noch nicht auf und ist Sonntagnacht mit aktuell da kommen leider immer noch nicht auf komme Premium haben wir wirklich sehr sehr viele heute gesagt dass wir Prämien kaufen möchten aber auch um das doch mal ganz klar zu sagen heute es geht mir nicht darum das aufgrund ein Prämium habe oder so das ist doch überhaupt nicht wichtig ich kann auch ganz gut auf andere Server ausweichen ich meine zum Beispiel ich spiele gerne GOMSG okay gut dann spiele ich runter wenn er sich da hochbaut ich spiele gerne GOMSG aber ich kann auch gerne SG von einem anderen so spielen das ist kein Problem es ist einfach nicht das geil gewesen weil es halt nicht das gleiche SG-Plugin ist aber trotzdem für mich macht das nicht unbedingt einen Unterschied oder so und ja ich hoffe ich habe kein Problem damit aber ja das dann einfach dazu äh weil es hat zwar das das hat zwar niemand gesagt aber es ist mir einfach wichtig ich möchte ich dir jemandem sagen hey hey bitte kaufen mir Prämien oder so ich möchte ja wirklich nicht irgendjemandem darum bitten mir Prämien zu kaufen das kann ich mir auch gut selbst kaufen wenn ich wirklich Prämien haben möchte auf GOMSG aber ne genau das ist nicht unbedingt das Ziel denn ja was man auf GOMSG spielen kann kann man auch auf anderen Säuren spielen meiner Meinung nach es muss sicher immer nur GOMSG sein GOMSG ist vielleicht ein Mainstream Server okay da kann man mal zustimmen aber ja das ist immer so ja auf jeden Fall Bad Wars auf das ist auch immer ganz geil zumindest auf der Waschmap hier man kann auch die Aeromap wählen vielleicht spiele ich die auch mal wieder ich weiss auch nicht so okay gut ich würde so noch getötet aber ich glaube da wurde abgebaut der Block und noch nicht keine Ahnung jetzt auch mal Level 3 Spitz auch gewinnt okay wie sieht es denn aus das sind beide vier Leute äh zwei vierte und es ist gut es ist eine Konzentration angesagt ich habe ein Gold ich habe ein Gold was ich verschwenden könnte eventuell gut ich muss einfach schnell den Block abbauen einfach ganz schnell damit es niemand merkt oh fuck nein das war ein Genspieler ich bin dumm mein Fehler sorry okay ich habe ein Gold von unserem Team verbrauch verdammt weil die du so verschwenderisch ach stimmt wir sind Team Rot und nicht Team Blau ich bin normaler sind die Team Rot wenn ich aufkommen Spiel oder auf einmal und so und so gut ich bin auf einmal und so gut ich glaube es war ja ähm 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 gestern kann auch schon etwas glaube ich keine Ahnung was sie nur noch nicht gesehen auch schon so viel Verlaufen LBP also so krass gefeiert im Moment und es wird sage ich schon immer das gefällt mir auch und das er möchte auch zum Beispiel eine Sache wie zum Beispiel in Walsch sein oder Eros und früher oh mann eh nicht ein Ernst jemand hat unser Team gelieft so und du ja die Bewerber auch gleich mal fahren hey please naja gut okay wir müssen jetzt akzeptieren halt denke ich mal so jetzt ist da zum Beispiel schon einer das ist kacke ja gut wir haben verloren ja wir haben verloren was ist das für eine Scheisse Runde okay wir machen nochmal eine Runde so eh nicht slash huu slash huu fuck so up gut ich habe heute bisschen mehr Zeit zum aufnehmen sonst wäre die Runde jetzt schon fertig so ich schon gerade da direkt rein hey hey ja jetzt ist voll äh alter was ist denn hier los und leckt das geht so äh lol lol gut ja es ist eben dumm okay komm mal da rein ja komm mal rein so okay ich mache jetzt auch mal slash vote eins zurück dann würden wir nämlich Aero spielen also ich bin auch geil Aero mal mit zweimal 8 Teams okay es geht noch 15 Sekunden dann geht's los auf ähm das sind sie aber dann auch nie das Problem oder fast nie das Problem dass man gekickt wird man wird schon auch äh ab und zu gekickt aber durch praktisch nie und so auf komm ist das schon was ganz anderes wieder gut und dann geht's auch direkt los ich bin Team Blau diesmal sehr sehr gut und ja wir spielen Aero und das ganze mit zwei Teams so die sollen da jetzt endlich mal farmen mal farmen mal farmen in die Mitte ja also in die Mitte werden ja sowieso nie kommen wenn alle gleichzeitig farmen wollen weil da muss man sich halt zuerst mal Blöcke kaufen und wenn alle nur die ganze Zeit das gleiche der gleiche Anzahl Borse da einander wegnehmen dann schaffen wir es sowieso nie in die Mitte ja los in die Mitte in die Mitte in die Mitte ich will einen Bogen haben ich will alle runterknallen boom und dann bin ich der Beste ja ja so so geht das mal halt und ich glaube ich hätte auch auf Craft Games mal demnächst noch äh bisschen Badwars zocken weil ab 2500 auf dem Momenten kriegt man dann YouTuber an und ich habe auch bisschen Kontakt so ganz ganz wenig Kontakt so zu Kai an so SpielkinderTV dem äh owner von äh von Craft Games und ich dachte ich hätte auch immer schon einen YouTuber an geben können dann 협remse aber es muss auf jeden Fall Content auch auf meinem YouTube Kanal äh vom Software an sein selbstverständlich so und ich werde es ja einfach ein bisschen einbauen so einfach standard damit ich dann auch sagen kann äh nix eingebaut da da und den Spitzhockey müssen wir unbedingt auch mitnehmen weil man kann das Bett halt nicht äh ich meine den Wispawn-Block ist ja ein Block ja und nicht immer die ein Bett und so kann man nicht einfach so halt abbauen Das ist wichtig, kann man nicht einfach abbauen im Bett, sondern man braucht schon eine Spitzhocke dazu Also ich glaube man könnte den Block von Hand abbauen, theoretisch Aber ich weiss nicht ob es funktionieren würde Okay, gut, der ist fast in der Mitte So, wenn der noch seitlich stehen würde, wäre er vielleicht sogar noch ein bisschen schneller Na, mal gucken Übrigens hat mich seit über einer halben Stunde kein einziger mehr angeschrieben in Skype Das ist irgendwie ganz komisch für den Sonntagnachmittag Aber ich habe gesagt, ja, wer Bock hat aufzunehmen heute, der kann mich gerne noch in Skype anschreiben heute Aber hat niemand gemacht anscheinend So, und jemand hat mich dann mit der Hand noch geschlagen Oh, nochmal Okay Gut, ich gehe dann mal zu denen So, ich weiss nicht, ob jemand mir hinterherkommt Aber ich glaube nicht Einfach ich hätte eine schnelle Spitzhocke mitnehmen sollen Cool Gut Da wäre dann der Block halt mal weg So, jetzt muss ich nur noch hier und die alle töten mit der Spitzhocke vielleicht Oh, gut, mit der Spitzhocke schaffe ich es eh nicht Ah, gut, mit der Spitzhocke schaffe ich es eh nicht Du, 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 um Los, 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 los Ich kann nicht mehr so viel daneben Schnell da weg, haue ich nicht um die Fuck, halbes Leben Und da bin ich weg Schade Schade, ähm Gut, aber ich habe auf jeden Fall einen Block abgebaut Und der andere stand sogar noch daneben Der andere stand sogar noch daneben Habt ihr das gesehen? Okay, 1, 1, ah, wir haben gewonnen Okay, GG, das ist auch eine geile Ruhe auf jeden Fall 30 Punkte habe ich erhalten Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich überhaupt habe Aber ich war ja lange Zeit in den Top 50.000 Äh, auf der ASTEMC Und ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr in den Top 50.000 Aber vielleicht doch Okay, das ASTEMC nach wie vor immer wieder ein gartiger Server Auch zum SG-Spielen Das ASTEMC auf jeden Fall Empfehlenswert Und wenn ich euch auch sagen, Leute Schaut das nächste Mal wieder rein Oder einfach morgen 18 Uhr gibt's das nächste Video Jeden Tag macht's nur ein Video Und wenn's auch gefallen hat Natürlich auch Leute, nicht vergessen Lasst ein Like da Für diese zwei geilen Runden Und wenn ihr noch nicht abonniert seid Dürft auch gerne abonnieren Bis dann Leute